Nee, Greystone, 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 bleib da, du musst da bleiben Warten, warten, warten Jetzt, warte, warte, warte Und los Stunzi, Stunzi, Stunzi Sehr schön, Gadget Rückzug, Rückzug Kaby ist auf der Lane Ja Komm Quang hat sein Schwert ausgerüstet, ich komm nicht hinterher, komm zurück Deswegen haben wir gewordet Ah, die fucking, die fucking Yin hat einen Doppelsprung nach vorne, ne? Die Yin haut nämlich voll drauf Schild 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 Aber einmal darf der Carry sterben Ich habe keine Be save Schild 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 Die Jiste Oh, okay. Wo ist Quang? Quang kommt in die Mitte, Gadget? Also Quang kommt in die Mitte, zwischen den Tauern, zwischen den Tauern, zwischen den Tauern läuft sie Ah, das kann nicht sein Gadget, vergesse die Wards nicht, ne? Für die Mitte Äh, Muriel, wir brauchen wieder Wards Das heißt ja nicht Guck Guck Ja, die sind wieder zu zweit, ich muss wieder zurückziehen Ja, Quang hat mich fest, kann ich Quang hält mich noch wieder Wo ist die Dier? Hier hinten ist in der Mitte, beim Blackbuff? Sehr schön Vergiss das, ich bin Level 4 Ich bin Low wizard wird Punkt 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 Quagen kommt von hinten Und hier Muligash kommt vorne Muligash kommt runter Ja sehr schön Kriegst du Farben da drüben gegen Fang? Ja? Ja? Ja 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 T in Wallow Mir fehlt genau ein Attributspunkt um da ein bisschen mehr Damage zu machen Warum hast du den Offline genommen? Nein nicht die Minions nicht die Minions Ich bin froh dass sie jetzt gerade hier unten stehen Die Yin steht 2-4 steht sie jetzt Quange Ja alles gut Ich snack mir nur die Last Sets raus hier honor Quang kommt? Quang kommt, ich bin ja Dankeschön Richtig abfuck hier links Bis ich einen Ritter drin hab Schaffst du das kurz? Ich hol mir Fahranträger rein Ja genau 0-2 Schon schlechter als letzte Runde Aber ein Assist Ah jetzt kommen sie ne? Tower is low ne? Oder? Hat jemand Tower? Hat jemand? Ja Isaac ist zu spät Oder? Kannst du nochmal festhalten? Komm zurück, komm zurück Ja Alles 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 Was denn? Ja Ah, die Porsche ist schon wieder Minions hier Pass auf Mitte Es kann nicht sein, dass sie hier schon zwei Intellektpunkte aus Versehen geskillt hat Ja, der Carry Wads sind weg, Moriel Was macht ihr da in der Mitte? Oh oh Kommst du da weg, Moriel? Kommst du da weg, Moriel? Oh Ah Ah Tau Sto Tau 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 Halt sie fest Achtung Sehr schön Nice Zurück, 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 zurück Das langt Ein Snack langt Muriel, Ward setzen bitte wieder Bevor du gehst Drang, was machst du da? Achso, Ward Stimmt, gute Idee Gute Idee, gute Idee, gute Idee, gute Idee Tower wegmachen Achtung, ich werd gestunnt Ja, ich werd in Tower gehauen Das bringt nichts Wo war der Muriel schon wieder? Muriel, du bleibst bitte bei mir Das bringt aber nichts, wenn ich die anderen jetzt viele Weil die mich immer wieder snackt Und ich einfach nicht skillen kann Vorsicht Aber die wollen Tower holen wollen Die wollen Tower holen Pass auf in der Mitte Greystorm, pass auf in der Mitte Sehr schön Aber er hat keinen Mana mehr Er kommt nicht weg, er hat keinen Mana mehr Immer hab kein Name mehr Ich höre mich bei mir Er her, schaut nach mir Was für ne Scheißrunde hier schon wieder Egal, Endgame Der ist Level 13, der Sevarock 6-0 Egal, Endgame Die sind lang, ne? Die sind so feest Jetzt habe ich Fang hinter mir Ich bin Ich bin Ich bin Die Tauern ist unter Wettbewerb. Mit der Ulti. Nachdogan in der Mitte. Oh, er fehlt fast. Ich brauche Snacks, ich brauche Snacks. Die Tauern ist unter mir. Sehr geil. Ich mach mal Moralstärkung, ne? Ja. Nicht fighten, nicht fighten. Ja, ich geh nach links. Ja, müssen wir. Fangt an. Nein, nein, nein. Nicht aufgeben. Ich habe es als Moralstärkung gemacht. Pass auf, Silbera kommt. Zurück. Zurück. Isaac, 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 Isaac. Ja. Ja. Ich sterbe. Ich sterbe. Das ist kacke ist das. Unnötig ist das. Das wir waren jetzt sterben. Der Kill hatte jetzt nichts gemacht. Hast du gesehen, ne? Die waren noch alle im Jungle. Ich habe es nicht verstanden, weswegen du da drauf gehst. Aber egal. Alles gut, kriegen wir noch. Endgame jetzt. 16, 19. Aber wir haben einen Reißnam bekommen. Ich habe jetzt Ritter von Asher endlich dran. Minute 23. Ja, Quang ist hier schon wieder. Dings. Kann ich nichts machen. Ich brauche irgendwie... Pass auf, bitte Gadget. Ja. Äh, die snackt mich. Ich bin safe. Versammelt euch. Ich bin safe. Raus da aus dem Jungle. Versammelt euch. Ich kann sie vergessen, halt rot. Er ist jetzt live zu getarten. Ja, sehr schön. Zogenpex. Reißen dann ist jeder da und schon weg Disconnect Fang ist bei uns im Jungle Aufpassen bei uns im Jungle Nicht in den Jungle Er haut ab Bescheiden Pass auf Pass auf bitte Ja Die Hast du gesehen? Wie die Jam? Hast du gesehen wie die Mudrikash gesprungen ist? Wie kann das angehen? Wie kann das angehen? Ne gegen Das ist okay Das ist okay Warte 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 Das können sie gerade werden Nein Nein Nichts aufpassen Links aufpassen Prime Prime Ich werde erst den Prime ziehen Au Oh Ne, nicht Nicht Prime machen Zurück Zurückzug Muriel Mehr war Mehr war Mehr war Bette Muriel Ah getch it in der Mitte Oh hit that mia hit that mia hit that mia Kriegt der noch Alles gut ich hab vielleicht 4 Treffer Gleich mache ich auch Damage Aber Sivarok ist halt Level 20 Ne Nah rechts der Slowpush Pass auf Michelle ne Snack die Lane noch und dann zurück bitte Ich hab ja vor dem Game heute noch gesagt Never change the warning system Lass mich die Mitte snacken bitte Das war's 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 Wir stehen safe alle da Zurück, 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 Zurück Moriel, Ulte weg Ich werde festgehalten vom Schwert hier Pass auf da kommt noch einer von der Seite Zurück, Zurück Moriel, Zurück, Zurück, Zurück So, Crypt Treffer ist drin Pass auf Nice, ich werde schon wieder festgehalten Mitte, Mitte defen, Mitte defen Ja Ja Du hast gesehen, wie die jeden auseinander nehmen Nicht, nicht jagen, nicht jagen, nicht jagen Gestalt ist komisch wenig schlecht jetzt, eine Silence Karte Ich komme zum Reißzahn Ich komme zum Reißzahn Ich würde mich nicht zum Reißzahn Gähe Wie er sagt sie Ich bin ein cooperation Ho Set der Wir Die sich in der Mitte 1 1 gegen 1 alles gut 1 gegen 1 und links links der slow push sehr schön das mach bitte michael nur nur verteidigen in der mitte und die tor sehr schön dann müssen wir den silverrock silenzen sehr schön graystone zieh dich zurück nicht 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 dahin wir sind im dschungel zurück zurück isaac ich sterbe wer ist der silverrock oder wie rechts fällt gleich sonst zur not einer mit einer mitte oder sowas links ist mir hier im dschungel links ist mir hier in den wald und dann mit der silverrock links ist mir hier in den wald und dann mit der silverrock ist mir hier in den wald und dann mit der der ist tot der ist tot Silberrock ist hinten draußen die Die Murigish hat so rumgeleckt, das war so abartig. Aber ich hab sie noch gesnackt. Jagd sie, jagd sie, jagd sie. Komm, jagd sie raus. Bitte angreifen, bitte angreifen. Zurück. 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 Silvera kommt wieder. Zurück. 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 Das war ein Fehler. Wieso? Wenn wir ein Team spielen, schaffen wir den noch. Die haben zwei Inhibs, klar. Aber wir können das noch schaffen. Ich mein, jetzt sind wir schon 43 Minuten am spielen, das können wir jetzt auch ausfighten. Ja. Bitte. Bitte. Bitte Murigish. Zurück. 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 Und ist tot. In die Base mit euch, in die Base mit euch, in die Base mit euch. Nicht sterben. Ich muss ein bisschen Reißzahn holen. Sehr schön, immer schnell Reißzahn. Das ist unser Game jetzt. Reißzahn habe ich schon gemacht. Ist der Orb da? Ja komm schnell 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 schnell. Verteidige mal hinten, der Rass. Schafft er. Das ist die Killer-Muriel. Sorry. Rückzug, Rückzug rechts, Rückzug rechts. Das bringt nichts, wenn wir jetzt alle sterben wieder. Oder warte, die sind zu zweit, die sind zu zweit, ne? Lass rechts hin. Greift an. Ich versuch's ja. Ich versuch's. Ich versuch's. Ja. Genau. Du hast den Aufbau. Warte. Ja. Ich versuch's ja. Wo kriege ich jetzt wieder raus? Ich bin fast low. Ich brauche einen Minion zu snacken. Nein, komm, weiter, 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 komm, komm, komm. Ah ne, Quan kommt, Quan kommt, Quan kommt, zurück, zurück. Rückzug. Die hätten aufgegeben, oder? Jetzt kommt, jetzt kommt unser Spiel, das ist wirklich Late Game. Ist anstrengend, aber wenn wir es schaffen, ist es geil. Den Käfer. Ja, der fängt, der macht den meisten Damage. Pass auf, die leben alle, ne? Venk kommt. Komme weg da, komm weg da, komm weg da, die kommen alle, 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 versuchen wegzukommen. Ey, die C ist raus, ist vorbei. Rückzug. die kommen jetzt sie drücken jetzt gehst du fast auf da 52 sekunden mit mitte die welt muss weg die welt muss weg in der mitte in der mitte sind alle die welt ganz schön zur note ulti nicht rein 12 sekunden bin ich da das schafft ja kommt sind wir auch push die minions rechts raus der fehlt hier die sind am start Ich f... ich f... ich f... Ich kann nicht als erstes rauf gehen, sonst bin ich wieder draußen Geht jetzt mal weg von... äh, denkst du von weg, Bluff? Den mal Pass auf, dich stehen alle wahrscheinlich schon direkt beim Reißzahn Reißzahn hin, Reißzahn hin, 14 Sekunden, komm, 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 komm Rißzahn, 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 Rißz sehr schön das ist der win ich gehe links ich komme links ich nehme es auf sechs minuten haben wir noch zum aufnehmen ja bin jetzt kommt mir jetzt kommt kern 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 nice session sehr stark Vielen Dank.